Essen hält Leib und Seele zusammen, hat Mutter früher immer gesagt. Und wie bei fast allen ihrer Weisheiten, mit denen sie uns, Kinder, jahrzehntelang genervt hat, muss man auch bei dieser zugeben, sie stimmt. Kaum hat der Kellner die Silberglocken über unseren Tellern geliftet, steigt die Stimmung schon. Wir hocken mit gekreuzten Beinen auf unseren Betten und schaufeln das Sterneessen rein. Lauchküchlein mit Lachssalat, dazu importiertes Heineken. Ein Essen für die Götter, wer die in dieser Ecke der Welt auch immer sein mögen. Nick schluckt zum Reden nicht mal runter. War Voltefbu mir feigen? Ich imitiere den Beifahrer-Style und lasse die Bombe platzen, ohne hochzuschauen. Ja, ich weiß, wie wir die Location von Irvings Datenbunker rausfinden. Nick ist so überrascht, dass er sogar kurz zu Kauen aufhört. Echt? Tja, zur Abwechslung kommt mal eine Idee von mir. Echt? Pass auf, der Grid hat doch hinten einen Telefonanschluss. Nick winkt mit der Gabel ab. Habe ich gesehen, aber der ist nur zum Telefonieren, glaube ich. Man konnte einen Grid nämlich einen Hörer anschließen. Ein bisschen schnell aufgegeben, mein Guter. Nee, nee, die Kiste hat ein eingebautes Modem und mit dem hat Irving sein Zeug einfach per Telefonleitung in seine Höhle hochgeladen. Habe das Terminal-Programm schon lokalisiert. Okay, lokalisiert ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich klappe den Grid auf. Zur Abwechslung zittern mal meine Hände. Aber Nick sitzt viel zu weit weg, um das zu erkennen. Jetzt einfach nochmal dasselbe machen wie vorhin, nochmal die gleiche Tastenkombination wie im Café Internet 24 erwischen. Besonders viel Vertrauen scheint der Beifahrer nicht in meine Fähigkeiten zu haben, sonst würde er nicht weiter so konzentriert die Lachsstreifen aus seinem Salat fischen. Ist ja nur key, das kann nichts Wichtiges sein. Okay, ganz ruhig. Irgendwas mit Code A, dann Code U, nein, das ruft das Menü mit der Speicherbelegung auf. Ich kneife unauffällig die Augen zusammen, bis ich nichts mehr erkennen kann und tippe einfach blind drauf los. Als ich sie wieder öffne, ist die Brezel da, oder besser gesagt das Telefon. Jetzt ist es klar zu erkennen, mit einem wulstigen Hörer wie früher. Ausnahmsweise darf ich den großen Dreh veranstalten. Natürlich muss Nick erstmal auf cool tun und weiter im Salat rumprokeln. Als er sich dann endlich erbarmt, auf den Bildschirm des Grid zu gucken, kann er seine Begeisterung kaum verbergen. Seine Augen leuchten und er lässt sich sogar zu einer seiner schlechten Stimmimitationen hinreißen. ITI, nach Hause telefonieren! Ja, gelle, dann wollen wir mal. Ich fische das Telefonkabel raus und stöpsele es an einem Ende in den Grid rein, am anderen in Nix-Dienstrechner. Tadaa! Mit einem zufriedenen Klick rastet es auf beiden Seiten ein. Es kann also losgehen. Wenn ich gleich das Programm zur Datenübertragung im Grid starte, wird die Kiste versuchen, rauszutelefonieren. Zu Irvings geheimen Bunker, wo immer er auch versteckt sein mag. In diesem Moment wird der Dienstrechner die Tonwahlsignale mitschneiden. Ein schönes Wort, mitschneiden. Das klingt wieder nach Tonbändern und dem Interview mit Helmut Schmidt. Der Rest ist Routine. Der Dienstrechner dechiffriert das Gepiepse und zeigt im Klartext die Nummer an, die der Grid gewählt hat. Grundlagen. Darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren. Nick fährt am Dienstrechner routiniert das Programm hoch, mit dem sich die Audiosignale aufzeichnen lassen. Ich lenke die Auswahlleiste des Grid auf den Menüpunkt Dial. So, fertig? Nick? Nick klickt wie wild rum. Ja, Aufnahme läuft! Ich drücke auf Return. Der Grid fängt an zu wählen, ohne auf ein Freizeichen zu warten. Aus dem Lautsprecher des Dienstrechners, der ihn abhört, erklingt das typische Staccato wie eine elektronische Spieluhr. Tonwahlverfahren steckt seit Jahrzehnten in jedem Telefon. Das Prinzip ist völlig simpel. Je nachdem, welche Taste auf dem Nummernfeld gedrückt wird, gibt das Gerät zwei Töne gleichzeitig von sich. Bei der 1 zum Beispiel ist es ein ziemlich schräger Zweiklang, 697 Hz und 1209 Hz. Die Vermittlungsstelle erkennt anhand der Töne, welche Taste gedrückt wurde und stellt die Verbindung mit der gewünschten Nummer her. Plain old telephone service, die gute alte Telefonie. Der Grid braucht gerade mal zwei Sekunden, um die Nummer zu wählen, an die er seine Daten senden will. Wirklich senden kann er natürlich nicht, weil er ja gar nicht mit einer Telefonbuchse verbunden ist. Line busy, beschwert sich der Oldie prompt. Keine Chance, von uns kriegst du keine freie Leitung, Bitch. Dafür hast du uns gerade verraten, wo dein Herrchen seine schönen IBM-Schmuckstücke versteckt hat. Ich schaue zu Nick rüber. Alles angekommen? Und ausgewertet, quittiert der. Genug des pathetischen Rechnerumdrehens. Ich springe auf Nicks Bett und spinkse auf dem Bildschirm des Dienstrechners. Das Programm hat dem Gefiepse eine Nummer zugeordnet und freundlicherweise gleich noch im Datacorp-Netz nachgeschlagen, wem der Anschluss gehört. Jetzt wissen wir nämlich, wo du wohnst. Ich frickele die Telefonleitung wieder in die Dose und wähle testweise die gleiche Nummer, die der Grid eben ausprobiert hat. Die Leitung ist tot. Wir müssen also mal wieder persönlich ausrücken, die letzten zwei Handlungsreisenden in einer virtualisierten Welt. Nick legt den Dienstrechner beiseite, greift zum Telefon rüber und ordert im Überschwang noch vier Heineken, um den Tiger Schwipps aufzufrischen. Wo ist nur seine Sparsamkeit hin? Wir sind noch lange nicht zu Hause, Nicky Baby. Noch lange nicht, das liegt in der Luft. Was heißt hier, sie ist nicht da? Andys einziger Job besteht darin, immer da zu sein. Warum also nicht heute? Auf der Uhr des Fernsehers steht, dass es in unserem stinkenden Sumpf jetzt nach zehn ist. Minus sechs Stunden nach Deutschland, minus sechs Stunden nach Amerika. Macht kurz nach zehn morgens. Normale Bürozeit. Sie müsste also an ihrem Schreibtisch sitzen und mit ihren manikürten Krallen den Kaffee-Latte im Pappbecher zu ihrem göttlichen Mund führen, der bis auf einen leichten Überbiss wirklich perfekt ist. Sorry, do you want to leave a message? Krechtz ist aus der Leitung. Ich will keine Nachricht hinterlassen, ich will mit der Göttin sprechen. Die Stimme des Mannes am anderen Ende klingt völlig teilnahmslos. Ich frage ihn, ob er für uns einen Flug buchen könne, auf das Kundenkonto der Data Corp. Sure, antwortet der Mann, immer noch völlig regungslos. Ich gebe ihm den Zielflughafen durch. Am nächsten an dem Kaff namens Batum ist Seattle dran. Von da dürfte es mit dem Auto bis zur Destination X, Vaters Höhle, nur ein paar Stunden sein. One moment, please. Noch vor dem Ende des Please hat der Unbekannte den Hörer auf Pause gestellt. Leise zischelt die transkontinentale Leitung vor sich hin. Zum ersten Mal seit zwei Jahren fällt mir auf, dass weder bei der Data Corp noch bei einer der Firmen, mit denen sie zusammenarbeitet, Musik in der Telefonwarteschleife läuft. Was könnte man da nehmen? Eine Muzak-Version von Morodas Electric Dreams vielleicht, bei der die Melodie von einer Panflöte gespielt wird, so Fußgängerzonen-Peruana-mäßig. Eine halbe Minute vergeht, dann knackt es und der Mann atmet schwer in die Muschel. Immerhin, er ist keine Simulation. Listen, ähm... Es folgt eine Erklärung, die mit vielen, ähm, dem amerikanischen Äh durchsetzt ist. Derzeit sei das System abgestürzt und man könne keine Buchungen vornehmen. Aber das sei alles kein Thema. In wenigen Stunden wäre alles wieder online. Dann würde er sich nochmal bei uns melden. Unsere Nummer hätte er ja. Ich sage ihm, dass er sich in frühestens acht Stunden melden soll. Wir ab dann aber sofort abfahrtbereit wären. Jeppesen und Computerprobleme? Bei denen sind doch sicher alle Systeme drei- oder vierfach redundant ausgelegt. Genau wie bei uns auch. Ha! Uns! Jetzt hat mich das Kollektiv doch noch assimiliert. Nick, der das Gespräch von seinem Bett aus mitgehört hat, ruft dazwischen. Sag ihnen, dass wir kein Auto brauchen, okay? Nachdem ich Andys unterkühlter Vertretung erklärt habe, dass wir uns selbst einen Wagen mieten werden, ist das Gespräch beendet. Alles ziemlich komisch. Ich erstatte Bericht. Wir werden morgen ausgeflogen. Wann, sagen sie uns dann. Apropos, sollen wir uns den Trip nicht erst von John abnicken lassen? Auf jeden Fall, sagt Nick, während er zum Dienstrechner greift. Ich schreibe ihm schon was, dürfte aber kein Problem sein. Was soll eigentlich der Kram, von wegen, dass wir uns selber ein Auto mieten? Ach, nur so. Es klopft. Ich sehe dem Beifahrer an, dass er nicht recht weiß, ob er aufmachen soll oder nicht. Wir sitzen etwas unentschlossen da, bis ein dumpfes Room Service durch die Tür dringt. Als Menschen, die ihr Leben überwiegend vor dem Fernseher verbracht haben, wissen wir natürlich, dass das nichts bedeutet und die Bösen immer Room Service sagen, bevor sie reinkommen. Und dem Helden mit einem im Schuh eingebauten Springmesser in den Bauch treten. Andererseits will sich keiner von uns die Blöße geben und wegen dieser lächerlichen Sofa-Agenten-Weisheit auf sein Heinecken verzichten. Coming, ruft Nick und steht auf. Doch so richtig traut er dem Braten noch nicht. Jedenfalls knallt er, sofort nachdem er die Biere in Empfang genommen hat, die Tür wieder zu und dreht das Schloss hektisch bis zum Anschlag. Ich versuche so ernst wie möglich zu klingen. Glaubst du, das reicht? Was, das Schloss? Klar, sagt er locker. In Wirklichkeit meint er, natürlich nicht, aber wenn du den ersten Schritt machst, helfe ich dir, dieses Zimmer in eine Scheißfestung zu verwandeln. Mann, der Tag war viel zu lang, um jetzt noch rumzuspielen. Sollten wir nicht noch was Zusätzliches vor die Tür stellen? Erleichtert lässt Nick seinen Blick durch den Raum schweifen. Den Schreibtisch vielleicht. Okay. Wir brauchen geschlagene fünf Minuten, um den schweren Mahagoni-Schreibtisch vor die Tür zu schleifen. Nick klemmt sich dabei zweimal die Finger ein und der Schnitt an meiner Hand fängt wieder kurz zu bluten an. Nachdem wir fertig sind, begutachten wir den Schutzwall und beschließen, dass das Bollwerk noch nicht dick genug ist. Wir brauchen weitere zehn Minuten, um hinter dem Schreibtisch noch unsere Nachttische aufzubauen. Wenn es jetzt brennt, sind wir Toast. Aber manchmal muss man sich im Leben halt entscheiden. Aber manchmal muss man sich im Leben halt entscheiden. Vielen Dank.